danke nächstes auch geschafft es das machst du da gerade versuchen durchzukommen anfang bin ich erst richtig weit und dann über heute so gerecht so nur gerecht nur gerecht so ein arsch wie du brauchst du das kann ich schaffen man mama mia mama mia fleck mich, fleck mich, doch mal flach 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 auch mann und jetzt schon wieder gegen die scheißglocke gegen den arsch ich mario das war aggressiv gegen mario hast du den typen der das gemacht hat ich mag ihn ja ja nur weil du es jetzt schaffst du auch nicht nee du hast ihn auch gehasst also sehr gut ich hasse immer menschen die kacke machen ja dann müsste ich dich ja auch hast du bist pspot aber wenn du aufgenommen hast ja er muss ja auch aufgenommen wo wir das andere frei gemacht haben das freigemacht haben oder hast du das noch mal komplett neu angefangen dann nein nein oder hast du den düsenanfang weggelassen ja ich fange die ganzen sehen doch nicht mal noch von neu an oder was meinst du meinst du das jetzt ich hatte es gedacht dass ich das aufnehmen aber ich hatte fast die nächste tür reicht das schlimme ist auf dem schwarzen hintergrund jetzt ist wieder da bin ich behindert ich hätte immer noch mal springen müssen nicht aber nicht ich schaff das schon oft genug jetzt so hoch aber ich darf das nicht um den block kommt und wenn ich das schaffe dann schwingt direkt in die schaffst pflanzen ich weiß noch nicht wo du bist gerade ja nachdem du durch diesen pflanzenzone auf diese plattform aufschwingen nach unten ach so wo es von unten nach oben wieder geht die sind doch geil ich fand ich sogar am einfachsten eigentlich ja fandest du was danach kommt finden ist viel schwieriger oder meine mutter kann das nicht die kann donkey kong spielen ja ja kennt auch alle tricks nur weil es immer alle gespielt haben wahrscheinlich früher durchgezockt jetzt auch zum spiel ne so nächste tür reicht ein rotes tor endgegner dann hat der arsch das ja gleich geschafft wenn das auch so verpackt ist krieg ich einen anfall ja hintergrund verpackt oder nein browser wird nicht angezeigt aha mann wieso zu ihm treffen da nicht angezeigt keine ahnung auch die ganzen ja sind nicht angezeigt die monster ok ich habe einmal getroffen ja schön brava ich habe natürlich auch nicht ah shit jetzt kommen diese flammen von oben seine komischen eierschaukel kommt ja diese kugel noch die habe ich aber gerade gemeiß deine mutter ich kann auch gemeistert da wo wir dann auch bald über mario waren normal das funktionieren das block im weg und bla 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 aber man kann vor allem das geil ist wenn du von unten springst du gegenwalt gegen wenn du seite dagegen kommt ja ich weiß auch nein die plattform war zu schnell abgestürzt ich habe die beiden dinge aus mein freund ja ich habe ein zweites mal getroffen zweites mal getroffen jetzt will ich dir diese fack pflanze gegenwalt hey dieses level hier ne so geil ist es nicht mal abkotzen ach ja da war ja im blatt bestimmt ja da war ja ja das geht nicht gar nicht ganz schön schnell sein shit unter seinem ding getroffen aber zumindest schaffe ich das schon dahin zu kommen ach ja so ne scheiße hier macht ja ja hm ok die plattform ist noch einfach zu schnitt fuck 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 warum speichere ich denn nicht weiß ich nicht ich hab'n getroffen ja dritte mal fuck scheiße gespeichert scheiße das war scheiße gespeichert das war scheiße gespeichert das war scheiße gespult nein nicht sag's nicht nein hey was kommt denn nochmal als dritte stufe hüpft der da rum oder was ich weiß das nicht what the fuck ich weiß nur dass sie grad schön überspeichert hat oh das ist nein und ich auch nein nein ich hab' auch überspeichert gerade ruhig wo hab' ich denn halt sitze kacke ne warte mal warte mal das sollte doch geht ja gar nicht runter also nochmal warte doch schnitt scheiße ey scheiß spontan joa das ist auch ein guter speicherpunkt ne ich bin wieder was hast du da ich hab' das Problem schon mal ich hab' das Problem schon mal fuck ah ja ich glaub' da war ja ein Block da war ja ein Block thank god Block Block jetzt haben wir einen davon jetzt haben wir einen davon du speichert er immer so ne 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 mu 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 Piss ich du Ding HELP dacke zack Ah ne 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 nem Nö warum nicht nö ah ich habe wieder getroffen habe ich mir sieht oder was die prinzessin kommt aus dem ding aus ich habe glaube ich gewonnen und komme auf die uhr 30 minuten ja man ich hab's geschafft bin ich glücklich der feuerwerk du sagst doch vielleicht wolltest du dich kaiser zu ende spielen er wollte ich auch was ist geschehen tada wo wolltest du jetzt dieses wochen so machen ja ja mittwoch hast du es geschrieben glaube ich ja das ende das kann sich mit mir freuen centos ich weiß weißt du was ich jetzt machen kann ich kann jetzt einmal richtig krach machen einmal so machen und meine füße hochlehnen und den abspann sehen vom kopf von mario kaiso und meinten vermeiden so kaiso ich save noch einmal man weiß ja nie so fasche ach ja aber es geht ja im zweiten das kann auch nächstes jahr noch das muss nicht sofort gemacht wenn so zu lang war ich mit kaiser 2 wird da machen wir einfach tga mario ist noch heftiger als kaiso nicht da mit diesen panzer ne alles klar am arsch ne danke mario vorher beach umdruck auf yoshi und ganz viele kleine eier schön dahinter oh mein gott eiskalt an der überholspur vorbei ich habe sogar noch zwei sternen level gemacht ne ja 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 alle joshis freuen sich ja 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 es geht aber könnte schlimmer sein könnte das jetzt machen schwingt sogar ich wollte gerade das den end screen zeigen egal dann fotografiere ich die einfach das schwarzes bildschirm hält schwarzes bildschirm so ein held ist das wissen wir schon alle meine kamera die fokust momentan nicht bist auch ein faggot deswegen hört man das geräusch noch so guck mal da kriegst du ja extra schon mal einen kleinen ausblick oder auch vom ende aus handy bis zum mal du 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 oh meine güte bin ich geil bin ich geil oh ich muss mein handy leiser stellen hä wie ist das musst du mal mein handy leiser stellen man hat das im fall gehört ja geil 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 guck mal hab ich dir schon wieder ein bisschen arbeit abgespart du musst die ganz durchspielen ja generell sind diese projekte ja immer gemacht dass die gegeneinander sind ja bei pokémon so wursch an centus vorbeigezogen aber weil du voll übertrieben hast dafür kann ich aber nichts nein überhaupt nicht sind die pokémon entschuld und wie ich trainiert habe bis zum ende klar bis sie sterben das meine ich ja das mit den levin das war zu übertrieben ja habe ich aber auch irgendwann egal wie ich es mache ich übertreibe immer ich übertreibe immer ich übertreibe immer das merk schon aber na gut leute kannst du mir dich bitte noch abspannen lassen ja ich möchte in das ende gucken ja damit hat der facket flash da den ersten teil von kaiser mario world durchgehauen naja nicht ganz sternlevel fehlen noch aber ja die end ja passend gerade hab ich mal wieder verloren mal wieder ach so schlimm ist das dann nicht äh ich hab kein bock drauf ich will das nicht mehr spielen nee und dann überholt der arsch guck mal centos hast du dein handy bei dir? ja handy kannst du mal bitte danke guck mal ich schick dir jetzt ein schönes bild ok warte es kommt es kommt es kommt es kommt kannst du jetzt auch verschicken handy oder bleibst du wieder kleben ne verschickt ja du temelst this is the end the end when we get the mountain oh man herrlich ich freu mir sie freuen dir? ich freu mir ja ups hm hab ich eigentlich bisher jedes spiel immer gewonnen? ja seine ja gut leute damit ist das projekt auch beendet kalzumaru world 2 kommt irgendwann keine ahnung wissen wir noch nicht wenn wir lust und laune haben ja und wir hoffen es hat euch trotzdem gefallen meine socke sagt auch tschüss ja bis zum anderen projekt von uns was auch immer kommen wird tschau tschau tschüss uuuh 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 uuuh